So, meine erste Fahrt im Mr. Greffeschi von Oberschel. Ich freue mich so drauf. Oh, so schnell. So, meine erste Fahrt im Mr. Greffenbund. Oha! Oha! Es macht Spass, das Teil! Dann fahren wir mal vor der Beschwelligkeit, Achtung! Wir setzen dann wieder zueinander, wenn wir reißen und fahren hier ein, schicken wir dann noch mitmöcheln! Das war's schon! Schöne Fahrt!